Wer hat gerade die Bühne betreten? The Mondo! Es ist Weihnachten und draußen schneit es. Aber hier im Dennis Event Center in Hohenems ist alles ein wenig anders. Zum 5. Mal gibt es hier die Sommernachtsparty. Live on stage sind gerade die Mondoos und wir freuen uns auf eine heiße Party. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Verstaubt man das auf live? Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Wir sind hier auf Rallberg online. Es ist Wahnsinn, dass Sie da sind, dass so viele Leute da sind. Wie geht es? Es war klein müde. Wie geht es? Are you ready? Okay, der nächste Song. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around, babe. But now I'm back to let you know I can really shake them down. Now do you love me? Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Love me? Do you love me? Now do you love me? We love you? We love you? We love you? Man, Rose, we love you! Voll super! Richtig! Petra, ist das eine geniale Sommernacht-Fahrt wie mitten im Winter? Ja, man alle Menschen, was so krank, war Russisch, oder? Okay. Werden wir mir die Wärme gerne entgegen. Das macht voll was ab! Geile Party! Das macht voll was ab! Das macht voll was ab! Das macht voll was ab! Katja, wie gefällt dir die Sauer-Nacht-Party? Es gefällt mir sehr gut! Super Stimmung! Läuft sehr viel! Geniale Fahrgruppe! Und auf die letzte Club! Also, Mondros ist auch super! Christina, worauf freust du dich heute am allermeisten? Auf Mondros! Ist dir schon richtig heiß heute? Ja, doch kleine! Es geht aber noch was!